In alle Möchsem und Sündige haben genehmt sie ihm, gedehmt sie Herren. In der Priechen, in der Säuferen, haben gemirmelt und gesagt, Der Dossige nimmt auf Sündige ein Essen mit sei, und er hat gerät sie sei durch das Gemüschel. Der Dossige, in der Säuferen, wird nicht überlassen, der einen einzig in der Mittwoche, und noch kein, noch der, wo sie es verloren, bis er sie befindet. Und als er gefinnt sie, legt er sie auf, auf seine Schilder, und freit sich. Bis er kommt daheim, riftet es nicht seine Freund, und schreit ihm, und sucht ihr seine Freund. Freit euch mit mir! Warum ich hab gefunden, Mann schief, und es ist verloren gegangen. Pingt das so, so wie ich euch, Versaß sie im Himmel, über ein Geute, und die Tschuwe, mehr wie über den einzig Zerdikum, und es darf nicht Tschuwe tun. Und welche Freude, der hat zehn Silberstücke, und sie verliert ein Stück, die nicht auszünden das Licht, und auskehren das Haus, und sich geht, bis sie gefunden ist. Und als er sie gefunden ist, rief sie, zene für ihre Freund, und schreit ihm, und sucht Freitag mit mir, weil ich hab gefunden, das Stück Silber, wo es hat, wo ich hab verloren. Pingt das so, so wie ich euch, ist das Simcha, Vater, Maluchem, von Gott, über ein Geute, was die Tschuwe. Und noch gesucht, einer Mensch hat gerade zwei sehen. Und die Jüngere von sie hat gesagt zum Vater, Vater, gib mir mal einen Geute von mir, von der Jerische, wo es fällt euch auf mir. Und ich hab, und er hat sie teilt, zwischen der Seite und der Nachele. Und in der Gegenteil hat der Jüngere gesehen, als zu Neuf genommen, und er ist weggefuhren in eine weitere Medine. Und dort hat er gepatert, seiner Vermägen, durch ein Verscheid leben. Und als er hat alles verschwendet, ist gekämmen eine starke Hinge in jener Medine, und er hat ungeheiben zu laden, und er ist gegangen und hat behaft an einem, wenn er täuscht von jener Medine. und er hat ihm geschickt in seine Felder an, Harschen nachher seitdem. Und er hat, und er wollte gerne gewöhnt, ungefähr seinen Mugen mit den Scheuten. was die Chazayim haben gegessen, aber keinem hat Zeit nicht gegeben. Und als er gekommen ist, hat er gesagt, wie viele Levenarbeiter haben bei meinem Futter Bräut bescheuert, und ich gehe dich aus für die Hinge, ich will aufstehen, gehe ich zu meinem Futter, ich will ihm suchen, Futter, ich habe gesündigt gegen den Himmel von dir. Ich bin mehr nicht wert, gelieven zu werden, dann sehen. Mach mich eine von deinen Levenarbeiter. Und er hat aufgestanden, gehe ich zu seinem Futter, besser ist noch gewesen, ganz weit, hat ihm seine Futter gesehen, und er hat sich der Warme, und er hat geloffen, und er ist ihm gefallen auf den Hals, und er hat gekischt, er hat geweint, und er hat ihm gesagt, Futter, ich habe gesündigt gegen den Himmel von dir. Ich bin mehr nicht schweig, rief ihn zu werden, dann sehen. Aber der Futter hat gesucht zu sein, seine Knecht, bringt, geht er raus, bringt, geht er raus, das beste Malbisch, und tiee Moen, und tiee dünn auf seine Hand, und schiech auf seine Füße, bringt, fette Kalb, und schechtes, und zu merken, sagen, warum die, dass sie gesehen waren, ist gewohnt heute, ist gewohnt heute, ist gewohnt heute, und wieder lebt dich. Und er ist gewohnt verloren, und ist gewohnt geworden. Und zwar haben sie sich unglaublich zu merken, zu sagen, in sein älteres Sein ist gesehen, das gewohnt fällt, und weiß, er ist gekommen in sich, den älteres Sein Haus, hat er gehört spielen, und tanzen, und er hat sie gerief von einem, von den Knechten, und hat ihm gefragt, wo ist das beteiligt, wo ist das beteiligt, wo ist das beteiligt, hat er zu ihm gesucht, dann wird es gekommen, und dann Futter hat geschacht, und das fette Kalb, er hat sich hingekehrt, zu ihm beschulen. Aber das hat ihn stark verdrossen, denn er hat nicht gewohnt daran gehen. In seinem Füße ist er rausgekommen, hat er ihm gebeten, aber er hat geämpft seinem Füße gesehen, schon so viele Jungen, die ich dir dienen. Ich habe kein Müll nicht aufgegeben, dein Gebot. Und doch hast du noch mir kein Müll nicht gegeben, als die Kerle, denn er soll mich zu merken, mit meiner Frau. Aber wie noch der Dose gesehen ist, dass sie gekommen ist, was hat verzehrt deine Nachele, mit Säunes, hat die Geschichten von ihm, die fette Kalb, fette Kalb. Und er hat sie ihm gesagt, sieh'n, die bist du mit mir, und alles was ist mann, ist daens, es ist gewähnt recht, es ist gewähnt recht, es ist gewähnt recht zu müssen mehr zu sein, in sich zu freien. Weil der Dose gebriert ihr dann ist gewähnt, und es ist wieder lebendig. Und er ist gewähnt verloren. Und jetzt ist es gewähnt geworden.